Namaste und schön, dass du da bist und schön, dass du jetzt hier lauschst zu einem Channeling, zu dem ich mich jetzt spontan hingesetzt habe, weil die Informationen so intensiv waren. Mein Name ist Daniel Janang. Ich begrüße dich. Wann immer du das hörst, ganz herzliches Willkommen. Und das Thema ist, befreie dich jetzt von den Irrtümern der Vergangenheit. Ich gebe das ab an die geistige Welt und ich gebe das ab an Jesus Christus Jeschua, der sich dazu gemeldet hat und der, ja, für den ich mich jetzt bereit mache, das zu empfangen. Hallo und ich grüße dich und alle, die jetzt dabei sind und uns lauschen. Ich nehme neben dir Platz. Stell dir vor, dass ich neben dir sitze und fühle mich, fühle mich in meiner Präsenz, fühle mich wie ich das große Licht, das große Licht des Schöpfers mitbringe und dein Zimmer erstrahlen lasse. Und so nehme ich nun neben dir Platz. Und ich danke auch für diese Einladung, der ich so gerne folge. Ich bin gerne bei dir. Wisse, dass ich so gerne bei dir bin. Ich bin so gerne bei den Menschen. Ich liebe sie und ich liebe dich. Und so ist es mir heute eine Freude, darüber sprechen zu können, mich mit dir austauschen zu können. Befreie dich von den Irrtümern der Vergangenheit. Trage nicht mehr diese Last auf deinem Rücken. Denn so viele Menschen tragen so eine schwere Last auf ihrem Rücken. Und ich sehe jetzt übrigens ganz viel bei ganz vielen so ein Kreuz auf dem Rücken, ja. Das als Anmerkung von mir. Ich kriege da so ein Bild dazu. Und ich gebe jetzt aber erst mal wieder ab. Ja, das ist wahrlich richtig. So viele Menschen tragen so eine große Last auf ihrem Rücken, dass der Rücken ganz schwer wird, ganz rund wird, der Körper schwer wird. Bei dieser Last, die Menschen auf ihrem Rücken tragen aus der Vergangenheit, bei dieser Last wird der Körper schwer. Und es zieht nach unten. Es zieht förmlich tief in die Erde. Ja, es zieht sogar in die Dunkelheit hinein. Tief in die niederen, schwingenden Ebenen bis in das Dunkle hinein. Und es ist sehr traurig zu sehen, dass so viele Menschen dieses Kreuz von ihrem Rücken nicht ablegen können. Und es gibt auch viele, die das nicht ablegen wollen. Aus falschen Versprechungen, aus Manipulationen, aus Irreführungen der Institutionen auf der Erde, auf eurem Planeten, haben sehr viele Menschen eine Last auf sich genommen, die nicht ihre Last ist. Sie tragen für viele andere eine Art von Unrat und wurden dahingehend vollkommen manipuliert, als wenn es das Natürlichste der Welt ist, dies zu tun. Doch du Liebeslicht, du Liebeswesen, du Lieber Mensch, der du jetzt hier mit mir ganz zusammen bist, vereint bist, im Lichte unseres Schöpfers. Wisse, dass du all diese Irrungen und Verwirrungen deines Lebens ablegen kannst. Auch wenn du sie aus einer falschen Überzeugung aufgenommen hast. Auch wenn du sie aus einer Überzeugung aufgenommen hast, wo du glaubtest, dass das richtig ist. Spüre in deinen Körper, spüre auf deinen Rücken. Wie ist es, wenn du dich aufrichtest? Wie ist es, wenn du die Schultern fallen lässt nach unten? Wie ist es, wenn du leicht wirst und ich einfach meine sanften Hände um dich herumlege und dich umarme, auf deine Schultern lege? Wie sanfte Federn. Wie fühlt es sich für dich an? Wie fühlt es sich für dich an, wenn ich dich in mein Licht einhülle? Und wenn ich dir den Lichtkranz aufsetze, aufsetze auf deine Krone als einen Segen des Christus? Wer möchtest du sein und wie fühlt es sich für dich an? Ich helfe dir, all die Verwirrungen und Irrungen loszulassen. Ja, sogar all die Zweifel von deinen Lebenserfahrungen und deinem Leben. Ich helfe dir und unterstütze dich und bin ganz bei dir, alle Schuld und alle Scham abzugeben. Denn niemals vor deinem eigenen Ich Bin und dem Schöpfer bist du für irgendetwas in deinem Leben schuldig gewesen. Alles das, was du erfahren hast, alles das, was du in vielen Leben erlebt hast, durch alle Facetten der Dimensionen von hell bis dunkel und zurück, All das ist Erfahrungsschatz deiner Seele. All das dient dir, um zu reifen, zu wachsen, zu lernen und vor allem dein Wissen und deine Liebe, die sich dann daraus bildet und erschöpft, schöpft all das weiterzugeben in dein Leben, an deinen Nächsten und an dich selbst. Nun ist die Zeit gekommen, wo du dich entscheiden musst. diese Verirrungen und Verwirrungen zu erkennen, zu sehen und abzulegen, um den richtigen Weg für dich zu wählen oder du trägst diese Last weiter, jedoch wird sie schwerer und schwerer. Sie wird immer schwerer in diesen Zeiten des Umbruchs und dich hinunterziehen, immer tiefer. so entscheide für dich weise deinen Weg und lasse das Licht des Christus auf deinen Weg leuchten in all deine Entscheidungen, in all deine Befindlichkeiten, in all deine Gefühle und Emotionen. jederzeit hast du das Recht, die Wahl und den freien Willen für dich das Alte der Vergangenheit wie ein altes Schicksal abzulegen und ein vollkommen neues Buch deines Lebens aufzuschlagen. Du musst es nur wollen. Du musst es wollen, dich daraus zu befreien, wie aus den eigenen Fesseln, die dich ein Leben lang gebunden haben, sogar viele Leben gebunden haben. so wirf deine Fesseln ab. Wirf die Fesseln der Vergangenheit ab, drehe dich um und gehe wie in ein Licht hinein für dich auf deinen neuen Weg in dein neues Leben. Es ist alles bereit für jeden, der sich dafür entscheidet aus dem ganzen Herzen, aus der ganzen Kraft deines inneren Willens und Seins, aus der Liebe zu dir selbst. Du bist, der du bist. Ich sehe, wer du bist. und ich laufe vor dir, hinter dir und neben dir, solange bist du frei bist. ich bin, der ich bin, ich bin Jeschua, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, ich bin das Leben und ich bin für dich da. So sei gesegnet auf deinem Weg. So sei gesegnet auf deinem Weg und entfalte dich Blatt für Blatt wie eine Blume, die sich öffnet Schritt für Schritt und sich vollkommen der Sonne und dem Licht zuwendet. Schlö short Scheesser bis Glück kanske DON glüh 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 Vielen Dank.